Ach so, wir kriegen jetzt wieder ein Duett, das ist wunderbar, ja. Es ist so schön, abends bummel zu gehen. So, voilà, Frau Plever, bitte. Ich hab schon alles probiert. Ich hab schon alles studiert. Um am Vormittag oder Nachmittag, da man besser hofiert. Am Vormittag sind sie müd, am Nachmittag sind sie brüt. Aber so um Mitternacht sind sie dann gar nicht mehr so solid. Es ist so schön, am Abend bummel zu gehen. Skabada, bummel zu gehen. Skabada, bummel zu gehen. Am Abend sind die Damen doppelt so schön. Skabada, bummel zu gehen. So schön. Da haben sie alle was Diskretes. Bei jeder glaubt man, hoppla, vielleicht geht es. Es ist so schön, am Abend bummel zu gehen. Skabada, bummel zu gehen. Ich hab die Männer studiert. Ich hab schon alles probiert. Mir ist vormittags und am Nachmittag schon so manches passiert. Aber was denn? Am Vormittag sind sie brau, am Nachmittag sind sie mau. Aber noch gefällt ihnen, manches mal selbst die eigene Frau. Oh Gott, dann sind sie blau. Es ist so schön, am Abend bummel zu gehen. Skabada, bummel zu gehen. Skabada, bummel zu gehen. Am Abend sind die Damen doppelt so schön. Skabada, bummel zu gehen. So schön. Da haben sie alle was Diskretes. Bei jeder glaubt man, hoppla, vielleicht geht es. Es ist so schön, am Abend bummel zu gehen. Skabada, bummel zu gehen. Es ist so schön. Skabada, bummel zu gehen. Skabada, bummel zu gehen. Es ist so schön. Dankeschön. Sie sieht hervorräuchend heute Abend. Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank.